So meine Herren und Damen der Sonne, Servus und herzlich willkommen zu Resident Evil 3, dem Remake. Danke fürs Einschalten und danke, dass du das Projekt... ...Unterstützt... ...Mitarbeiternotiz... ...Rip... ...Rip... ...Nice. ...Rip... Ah, du hast der Letzte. ...Rip... 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 Pool. Hm. Muss ich leider. Okay, das wars. Was haben wir da drin? Ach, mein Safe Room. Ich bin so hoh, ich habe die Waffe noch dabei. So. Noch Fragen? Ich bin so hoh, ich bin so hoh. Ich bin so hoher, ich bin so hoher, ich bin so hoher. Aber ich bin ein, ich bin so hoher. Sakina? Mist, ist abgehauen. Was hat er hier drin gemacht? Unfertiger Bericht. Unfertiger Bericht. Ich habe sie erreicht. Sie geben uns eine Chance. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes wenn... Wir ihnen den Impfstoff liefern... Bevor sie starten. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht... Dann lass uns keine Sekunde verschwinden. Hier lang! Okay Tyrell. Ganz überraschen, dass du jetzt hier kamst. Der Impfstoff ist weiter vorn. Ich kann leider nicht sprinten. Ich kann meine Waffe zwar ziehen, aber ich kann nicht sprinten. Sicher, du willst mich anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Okay. Okay, erledigen wir uns. Ich bin jetzt scheiße, wenn der drauf geht. Ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Ja und du? Oh. 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 Tyrell! Ich werde mit dem Rad. Tyrell! Ich werde mit dem Rad probieren. Ich werde mit dem Rad. Ich werde mit dem Rad. Ja. Ich werde mit dem Rad. Geh ran. Oh shit, ich wusste es. Hier ist einer gestorben. Noch einer gestorben? Lebst du noch? Nein. Wo geht es da hin? Da ist versperrt. Gibt es hier was zu befinden? Nö. Gibt es. Gibt es. Gibt es. Gibt es. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein. Ich habe es aber nicht verstanden von dem Fachchinesisch, aber okay. Ach nö, ich tue jetzt spielen oder was? Ich habe es aber nicht verstanden. Das ist der Graves Tagebuch. Okay. Vielleicht habe ich das weggeblendert. Sorry. Da komme ich durch. So. Da drin vielleicht. Nee, von da bin ich gekommen. Das ist zwei. Okay. 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 Da ist nichts. Was? Ach nö. Okay. 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 Wofür. Muss ich da wieder dahin? Nein. Hm, hier ist nichts zu finden. Hm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 da komme ich nicht vorbei das wird es ja wahrscheinlich sein also ich muss noch tiefer schaue ich da nochmal wo ich da irgendwas übersehen habe da ist nix wo 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 jetzt machen wir erstmal den sektor hier das hat bestätigung nemesis alles ist in der köln kommen am ende es ist okay das ist nemesis das interessiert mich jetzt eine antigen probe die brauche ich definitiv für den impfstoff auch nur tschüss baby okay hier ist nichts mehr dann kann man runter gut 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 ja als der ist tot da ist noch was das muss die stromversorgung sein ich bin nicht gesundheitlich angeschlagen so 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 okay tot so 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 okay mehr kann ich jetzt nicht mit mir rumtragen so 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 Das war's für heute. Ah, sie sind wieder offen. Machen wir das noch kurz. Den Impfstoff und dann hauen wir ab. Dann beende ich die Folge schon. Ah, ich hab sie ganz laut frei. Ah, das erste Hilfespray hab ich ja schon geholt. Ich bin auch so ein Knödel. Das ist schon mal nice. Aber jetzt hab ich keinen Granatwerfer dabei. Da bin ich falsch. Ich bin doch hier irgendwo auch reingekommen da. Nö, jetzt hab ich mich verlaufen. Und ich glaub hier hinten muss ich's herstellen. Ja. Ja. Unautorisiertes Material erkannt. Und wieder versteh ich's falsch. Was fehlt ein Schritt? Unautorisiertes Material erkannt. Ja, das müssen wir jetzt in der nächsten Folge machen. Ah, ich hab keine Ahnung. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Unautorisiertes Material erkannt. Aber vorher möchte ich noch in mein Safehouse. Oh, falsch abgebogen. Und hier speichern bevor das wieder verloren geht. Und hier werde ich die Folge auch schon abschließen für heute. Und ich hoffe ihr seid in der nächsten Mal wieder dabei. Also bis zur nächsten Folge. Bis bald. Euer Sacker.